Hier ist noch ein Krummel drauf, ein winziger zwar nur, siehst du das nicht? Ich hatte eigentlich vorgehabt, alles voll. Ich hab hier... Darf ich auch was Brötchen holen? Vorsicht. Wo hin denn mit? Da hat jemand Hunger. Oma! Oma! Die Katzen! Das ist gerade eben hier oben. Das war jetzt mal. Ja, das war. Das war's für heute. Vorsicht. Hat jemand Hunger? Das sieht er nicht. Ich muss ihn hier dran nehmen. Der tut dann nichts. Oh, guck mal, jetzt sitzen zwei. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Du musst reise sein. Ey, der will nicht. Zwei, was ist hier jetzt mit zweien? Ja. Ey, du kriegst nur eins. Das ist ja praktisch. Komm mal hier. Guck 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 mal hier. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Du musst reise sein. Ey, der will nicht. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier.